Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir in Willing und zwar wollte ich euch heute nämlich die beiden blauen Trails hier zeigen. Das ist einmal die Flow Line und einmal der Flow Country Trail. Meiner Meinung nach Flow Country Trail besser. Am Ende gibt es auch noch mal eine kleine Bewertung für die beiden von 1 bis 10 und ja ich würde sagen viel Spaß. So als erstes zeige ich euch jetzt hier die Flow Line. Ganz chillige Line, also aber also die Kurven sind ein bisschen tricky manchmal, aber sonst ohne Sprünge, ohne alles kann man auf jeden Fall am Anfang richtig einfach fahren. Und ja, ich würde sagen, guckt euch die einfach mal selber an. Bis zum nächsten Stück. Ciao. 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 Oh 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 Hey 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Ich bin so schön, wenn ich nicht. Ich bin so schön. Ich bin so schön. So Leute, jetzt geht es weiter mit dem zweiten blauen Track und zwar der Follow dem Flow Country Trail. Ja, eigentlich genauso wie der Flow Trail, nur hat ein paar Jumps. Wie am Anfang gesagt, ich finde den ein bisschen geiler. Selbst zum Reinkommen ist der, glaube ich, besser. Guckt euch den immer mal selber an und ja, ich würde sagen, viel Spaß. Musique Musique Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020